Musik Hier beim IQ Vital in Oberhausen, hier geht es Ihnen recht gut, deshalb kommen Sie her? Jawohl, wir kommen gerne her. Was machen Sie hier? Wir machen Reha-Sport. Und zwar, ich bin der Hüfteoperiert vor schon zweimal. Und dann bin ich noch im Sprunggelenk, im Sprunggelenk bin ich auch noch operiert worden. Und das hat mir sehr gut getan, dass ich hier den Reha-Sport mache. Was würde passieren, wenn Sie sich nicht hier so bewegen würden? Na, dann würde ich zu Hause gar nichts machen. Mal erstens, und wenn ich hier bin, dann bin ich richtig aktiv. Und es tut mir überhaupt gut. Und wie gesagt, ich kann schon sehr viel machen, mehr als vorher. Ja, und ich würde mich freuen, wenn es noch weiterhin so ginge. Hat Sie jederzeit empfehlen, den Leuten zum IQ Vital zu kommen? Ja, würde ich empfehlen, jawohl. Unsere Trainerin ist sehr gut und sie macht es so richtig, nach unserem Empfinden und was uns gut tut. Und ich muss sagen, ich finde es super. Also eine Top-Beratung, eine Top-Betreuung? Ja, würde ich sagen, jawohl. Vielen Dank, und wie ist es bei Ihnen? Wie lange sind Sie schon hier? Ich bin schon zwei Jahre hier. Und zwar mache ich auch Reha-Sport. Und habe ein Hüftgelenk, habe es am Kreuz und an der Schulter. Und die Bewegungen tun mir sehr gut. Also ich bin sehr zufrieden. Unsere Daniela ist super. Wir haben eine super Gemeinschaft. Die Daniela schaut, dass sie es jedem gerecht macht. Und ich bin zufrieden. Auch wesentlich vitaler, als wenn Sie zu Hause gar nichts machen würden. Ah, das auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Also sind die ganzen Übungen auch gezielt auf das Problem, das man hat? Ja, genau. Sie nimmt sehr Rücksicht. Und auf jeden, der jetzt zum Beispiel an der Schulter hat oder an den Beinen oder an der Hüfte, egal wie, dann tut sie uns darauf aufmerksam machen. Also das soll man bleiben lassen und so. Und man muss sagen, also sie geht auf jeden Einzelnen drauf rein. Und ich bin auch schon mit Unterbrechung schon drei Jahre hier. Und wir haben eine super Gemeinschaft. Und wir sind auch privat irgendwie zusammen. Und danke, Gruffi Daniela, super. Vielen herzlichen Dank. Das hört sich alles ganz toll an. Und Sie haben auch eine bessere Lebensqualität seither. Das auf jeden Fall. Das kann man so sagen. Auf jeden Fall komme ich auch gerne her. Weil die Gemeinschaft unter den Leuten ist sehr groß. Und wir verstehen uns alle gut. Da hilft jeder jedem. Und das finde ich super. Und unseren Chef, der Dieter, der schaut auch mal nach uns mal, ob alles in Ordnung ist, ob es gut geht. Und, ja. Bis zum nächsten Mal.